Die Munition kostet ja auch nix. Aus dem Weg. Schluckst du bitte nicht so viel? Danke. Oh, wir werden gebraucht. Also so sieht es doch schon ganz geil aus. Fahren wir jetzt mal einfach so. Grünlicht und so. Aufpassen. Ja, wir kriegen Feuer, auf jeden Fall. Halt, Halt, Halt. Die Munition, die Munition. Wartet auf weitere Befehle. Auf. Alle Helmbereinheiten. Hier ist Super 1-1. Kreisen jetzt über euch und stellen ohne Übertragung. Geh auf Nordübertragung. Norddeutschmobil. Yeah, wie mit dem Jet-Level. Gefällt mir. Oha, die Basis. Die sieht ja... ...puh aus. Infanterie. Was für ein beschissener Bienenstock. Ja. Okay, Miller. Markier das Ziel. Die hier. Die gehen mir auf den Sack. Insel 3-1, wir markieren eure Stelle. Luftnahe Unterstützung ist in 5 Sekunden da. Peck damit. Okay. Äh, wieso? Ah, okay. Wuhuut. Hört die ganze Zeit. Wir ziehen jetzt ab. Over. Ja, haben wir den jetzt mitgenommen oder nicht? Sind denn wir? Hallo, wo sind wir? Okay. weiter geht's. Das Wüstenlager angreifen. Oh yeah, da ist ein Lager auf jeden Fall. Kommt was. Wow. Was ist denn das? Alter. Ausweichen. Das Infanterie schon mal. Nicht so cool. Ausweichen. Au. Ausweichen. Ja, hoffe ich mal. Ausweichen. Das Wüstenlager. Ich kombiniere einfach alles, was heller markiert ist. Das wird dann schon richtig sein. Wie? Ich hab grad nicht getroffen, Alter. Lass mich verarschen. So, schön. Da ist noch ein Infanterist oben. Weg mit dir. Die hängen doch da noch, oder? Krieg ich das falsch. So, da ist unser Transporter wieder. Darüber, alles klar. Jetzt mal ein bisschen hier mit dem... Was ist das? Unserer? Ja. Jetzt mal ein bisschen hier Panzer-Action und so. Da ist eine Staubwolke. Staubwolke? Ja, eine kleine. Ja. Lol. Alter, was haben die denn für einen Aim? Auto-Aim, ich weiß. Aber was für einer. Der war schon hinterm Berg. Und trotzdem haben die aufs Maul bekommen. Jetzt kommt doch raus. Kommt doch raus aus deinen Löchern. Hier, Ratz. Schluck, Donate. Da sind noch welche. Wenn sie nicht rauskommen wollen, dann kommen wir eben zu denen. Ja. Was jetzt? Weg mit dir. Weg mit dir. Verpiss dich, da wollte ich lang. Die sind hinterm Berg, oder? Kann man die erwischen. Das war zu hoch. Der hat gesessen. Der sitzt. Aber wir kriegen ihn hier gerade aus dem Maul. Wieder mal. Verpiss dich. Verpiss dich. Blöcke hier nicht. So. Ausgeschaltet. Es geht mit. 52, 54, 54 Sachen. Vorwärts. YOLO. Was war das denn gerade? Er sitzt. Er sitzt. Hat der? Ne, der war daneben. Aber der sitzt. Yeah, der hat gesessen. Auf jeden Fall. Wut's. 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 Oh, wir greifen wieder so nah an. Gut, schön. Da geht's also weiter. Das sind unsere Transporter. Hoffe ich. Gehören die zu uns? Gehören die zu uns oder jetzt nicht? Alter. Ne, doch nicht. Okay. Ja. Oh, die schlucken drei, Alter. Yeah, der eine. Aber der schluckt mehr. Der schluckt auch wieder weniger. Die gehören also nicht zu uns. Kein Problem. Weg damit. Nö. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Unser Hauk. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie Damage macht, aber... Auffahrunfall. Geh doch weg. So, folgen. Alles klar. Hinterher. Ja, wirst du mich verarschen, Alter. Mit Vollgas waren wir... 40 auf Asphalt und vorhin waren wir auf Vollgas. Auf so Gebirgen, auf so Sand oder so, waren wir mit 50 unterwegs. Naja, jetzt geht's wieder schneller. Also, doch spielabhängig, also alles klar. Alles klar. Infanterie. 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 Was ist los? Er hat Krieg. Puh. Scheiß PLA hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir fertig waren. Irgendeiner muss mal den Scheißzünder und ihn auslösen. Jemand muss mal überhören, aber ich bin das ganz bestimmt. Wohin denn? Da, okay. Wieso bist denn du das nicht? Faule Stück Scheiße mit deinem Eierkopf, Alter. Verpiss dich. Nimm dir den Zünder, du lachst. Verpiss dich. Dann kommst du dir her, schnell. Erstmal nachladen. Geh du vor. Komm schon. Drück den Zünder. Was war das denn, Alter? Die Schockwelle bringt mich zum Kommen. Gute Arbeit. Äh, wo lang? Lol. Hier. Rein da. Schnell. Oh, jetzt ist Mini. Jetzt ist Gunner. Power. Die haut auch rein. Er hat doch gerade irgendjemand was gesagt, oder? Da bist du. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja. Out. Sorry, Leute, dass da immer was steht, dass irgendwer online gekommen ist, aber eigentlich bin ich in Origin Offline. Ich habe gerade in einem Forum gelesen, vor der Aufnahme, dass es irgendwie mit Battlelog, keine Ahnung und bla und nicht geht oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe hier nichts, Alter. Ich sehe hier nichts, Alter. Weg mit dir. zur Seite. Auf den Dächern, Alter. Weg mit dem Transporter. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Wenn da mal einer hochgehen sollte, dann könnten wir auch mal ganz schnell down gehen. Ja, habe ich schon gemacht. Bin ich selbst drauf gekommen. In der Tat. Da sind irgendwelche Benzinkanister. Schieße ich einfach mal drauf. Mal schauen, was passiert. Oder sind das Kanister? Nee. Doch. Irgendwelche Stromkästen. Egal. Was? Oh Mann. Scheiße. Scheiße. Sorry. Dammit. Habe ich zu spät gesehen. Äh, aber was schießen die? Da oben sind welche. Oh, geh weg, Alter. Alter. So, Sprengstoffbeladene Autos. Naja, ich weiß nicht. Brauche ich nicht unbedingt an meinem Panzer. Weiter geht's. Beschütze den Panzer. Erledigt. Der Panzer sieht auch nicht mehr so gut aus. Ich habe keine Ahnung. Mission, keine Angst vor Bösem. Vor Bösem. Achso, ja, okay. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Sie kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Andal 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten drei Minuten. Und drei Minuten, wenn wir da sind. Ja, und warum man das jetzt so enttäuscht gesagt hat in drei Minuten. Moment, alles zerstört. Dies werden wir dann in der nächsten Aufnahme sehen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.